Du meinst, du hast was für mich gestohlen? Ja. Danke. Ich hab dir ja kein Geburtstagsgeschenk besorgt. Wir gehen zu Mercury und dann, wohin du willst. Nur wir zwei. Hey! Hey! Muss ich einen Eimer Wasser über euch ausschütten? Kein guter Zeitpunkt, kein guter Ort. Was? Paris? Okay, der Ort ist gut, aber nicht der Zeitpunkt. Gabriel! Wo ist es? Da war ein kleines Buch. Es müsste hier drin sein. Sie hat mir kein Buch verkauft. Bist du sicher? Ja. Können wir los? D'accord, Herr Rumpf, ich weiß nicht, was ich brauche. Das kannst du nicht machen, du hast mir das Mädchen versprochen. Was? Du blieb das hier, d'accord? 30 Uhr, ich habe 2 Jahre in Kessé. Lauf, was ist los? Mein Freund hat dich verraten. Haut ab! So partez par là! Where? 100 Uhr, ich habe den Knallen. Geh! Leute! Oh, oh! 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 Untertitelung. BR 2018